Hey. Wow. Okay, schlechte Laune. Oh, okay. Oh, wow. Das klingt echt übel. Ich glaube, ich weiß ganz genau, was du jetzt brauchst. Eine Kopfmassage. Ja. Okay. Dann mach es dir bequem und los geht's. Ja. Macht ihr keine Sorgen? Jeder hat was schlechte Laune. Ich nehm das nicht persönlich. Ich kann das auch total verstehen. Manchmal ist die Arbeit oder die Uni oder die Schule eben einfach scheiße vor, um es auch gut wünscht zu sein. Ja. Und dann ist es gut, einfach mal alles rauszulassen. Oder sich eben zu entspannen. Oder beides. Ja, okay. Den ersten Schritt ist es schon wieder hoch. Okay. Dann könntest du ihn nach dieser kleinen Massage-Session bestimmt richtig gut gehen. Ja. 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 Deine Haare macht echt lustige Geräusche, aber es ist okay, oder? Du kannst dich entspannen, um zu packen. Das ist das Ziel. Er hat einen Topf und der Sanft und der Leiberröcke gebeten. Der Leibringer ist ein Torrofon in die Räume. Der Leibringer ist ein Torrofon in der Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Willst du helfen, wenn ich sowas sage wie... Du wirst müde... und schläfst du dich... und dein ganzer Körper entspannt sich. Du bist ganz locker und entspannt... und du wirst... und du wirst ganz müde... Und du wirst... 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 Okay... 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 slow 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 Schlau, schlau, schlau 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 Jetzt bin ich auf deiner rechten Seite Jetzt auf der linke Jetzt bin ich oben Jetzt bin ich hinten Und es reimt sich Und es ist ein Ein Und es ist ein Und es ist ein Linken Und hinter Vielen Dank. 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 Schlafen kannst. Schlaf, 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 schlaf.